Hey, herzlich willkommen zum Turnen. Ich muss euch nur schnell was verzeihen, ich kann es euch nicht vorstellen. Ich bin gerade erinnert, schon eine halbe Stunde, ich habe ein bisschen vorbereitet und alles herrichten. Und der Julian ist auch da, der kommt jetzt gleich, der macht mit Technik und sagt, Julian, hey, da höre ich jetzt auf einmal voll nach Essen. Jetzt hat sie bei uns die automatischen Lüftung eingeschaltet und die bläst uns tatsächlich den Drecksgestamm vom McDonalds rein. Und jetzt sollen wir da uns konzentrieren, sollen wir Bauchtraining machen und riechen wir dieses McDonalds, sagt, boah, lädt mich am Arsch. Ich glaube, die auch sind voll meine Chips-Tüten wieder. Okay, also Bauchrücken. Es gibt nichts zum Erklären. Am Anfang ein bisschen im Stehen, ein bisschen um den Anhupfer, ein bisschen mehr Schwung, wer bei mir ins Bauchtraining geht, der weiß, was wir machen, ein bisschen was im Stehen und dann nachher gehen wir runter in Stütz und gehen auf den Pohnen und schippen uns einmal ein bisschen. Bauchrücken ist heute unser Thema. Und ja, macht es gescheit mit. Musik an, let's go. Es ist 29, müssen wir nur eine Minute warten. Fünf, ich schaue schon zuerst, hast du wieder eingeschaltet? Julian, schlägt dein Handy aus? Nein, das nicht. Ich kann Musik nicht kontrollieren. Ach so, du tust du es kontrollieren. Nicht, dass unter dem Turnier einer anruft und sagt. Absolut. Oder, okay. Schägt es du, muss ich gleich, oder? Ja, zu klären, wie du schon auf der Lachsmail ist. Was? Du kriegst du das? Ach so, das hat es dir geschickt. Okay. Interaktiv, das ist ein Wahnsinn. Hey, das ist ein Wahnsinn. Ich bin da vor der Kamera, der Julian schaut acht Meter weiter in sein Handy und sieht mich an seinem Handy. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ja, okay. Hey, das ist heute. Leute, wir fangen an. Auf geht's. Let's go. Alles von vorne. Okay. Ah, du gehst ihn kurz aus und checkst die Musik. Okay. Also, legen wir noch sechs Minuten. Okay, gut. Ich glaube, das geht. Ja. Es ist workout time. Ah, das darfst du schön aubleiben. Du tust den selben Anschluss von vorne. Ja. Ja. Und ich gehe rüber. Julian stage. Let's go. Okay. 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 Ja. Ja. Wirklich gleich ein bisschen Gas. Ja. Ja. Vier. Drei noch. Mit deinem linken Daumen. Ja. 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 Jetzt gehst du lang. Wir spinnst uns in der Mitte auf. Rund und lang. Rund und lang. Rund und lang. Ich seh immer wie du fährst. Wenigst du so einhörst du in die Zaun schreißen? Ich hoffe, dass du dich gescheit hofft. Rund und lang. Rund und lang. Wir haben vier. Drei. Zwei. Tempo. Links und rechts. Schnelle Bewegungen. Der Puls geht nach oben. Langsam. Mit deinem rechten Arm. Zieh. Ja gut. Entlausschüssen die Schultern. Vier. Drei. Steh auf. Kippen nach oben. Hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Schränk die Komplettdruck. Leichte Dehnen von hinten. Abschneiden. Hoch und tief. Einen nach oben. Auf, hoch und tief. Auf, hoch und tief. Auf, hoch und tief. Auf, hoch und tief. die Arme nach unten und rechts, links Nummer vier, die Taille Letzte achtmal sehr schön, vier, drei die Hände in die Hüfte, Knie in die Hüfte, Knie schau nach außen du ziehst du richtig weiter hoch und die Hüfte wird warm vier, drei die Knie nach vorne sehr schön vier, drei, ein Knie die drei Schritte mit vorbei hoch ein bisschen hoch ein Moment okay, ich post was tun wir mit der Bauchart ich spanne schon etwas klar gut wir wollen weiter die 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 Rassla, hier ist die Calf Dulo, Bistikspan in Bauer, Gettelt, Gettelt, Gettelt. 7.4 Wir öffnen die Beine, gehen Seite zu Seite. Oberkörper dreht. Bauch ist fest. Du kennst es. Ein bisschen mehr Schwung im Oberkörper. Außenschwung über rechts und links. Rechts. Rechts. Hier. Auf geht's. Andere Seite. Letzte Hand. Ocht. Sieben. Letzte. Vier. Drei. Vier. 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 Hebe. Vier. 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 richtig richtig gut gut super auf geht's du brauchst keine Pause mehr noch weiter noch weiter noch weiter Julian go richtig mit dem Knie mit dem Knie hey es geht weiter bleib mal in der Pläne stehen bleib mal stehen du brauchst lange Pause richtig eng wir gehen mit dem Arm hinten und Oberschenkel runter jetzt müssen wir schneller gut gut gehst nur in die Teile weder nach vorne noch hinten nur rechts links geht hinbein ist stabil hey away ein und let's go du hast die letzten vier drei es geht los drei drei und zurück noch einmal letztes Mal gleich zur rechten Seite tief 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 und tief gut spann deinen hinter dann macht dein Oberkörper lang was nur für rechts und links die nächste Bewegung wird vier drei let's go los vier noch einmal drei letztes Mal beide brechen die zwei ah letzte Runde jetzt kombinieren wir da eine Teile einmal Knie schaut zu jetzt drei jetzt gehst du tief tief lauf los drei einmal tief Schritt tief Knie tief lauf los und seitbeugen Knie bisschen höher beide Arme sind auch gespannt du ziehst richtig mit grau schütt 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 hopp schütt hopp letzte Runde die Hupfte wird warm Knie bisschen höher schütt hopp allerletztes Mal sehr gut bleib hier gebräst bleib hier du steck hier zu Murica alles fest wir tragen nur den Oberkörper rechts und links fangen auf schieben 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 Oberkörper rotieren und körper mit es ab und zekulieren ten fünf let's go bleib unten ganz stabil nur den Oberkörper rotieren her 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 du stehst du komplett aufrecht 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 tipp her 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 die nächste Runde machen wir wieder langsam drei zwei halb steck fest 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 du bleibst jetzt ganz gerade im Rücken aber beugst in die gerade Rücken nach vorne die gleiche Rücken die gleiche Rücken die gleiche Rücken her her und weiter letzte Runde acht sieben 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 fünf vier drei Tempo oben aufrecht start vier drei zwei runter letzte Runde oben acht sieben sechs fünf du legst ganz von vorne los train zwei Tee go noch einmal machen wir noch einmal machen wir noch einmal machen wir noch einmal go letztes mal dann kommt die Rotation erstmal langsam hoch hoch du musst du sagen langsam 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 kontrollier den Bauch hol dir die Kraft nach hinten Tempo sehr schön Tempo nach unten schräg lange hey go und wieder hoch jetzt mit acht sieben dann machen wir noch eine Runde drei zwei let's go let's go hoch und sie sie hoch und sieben sieben noch einmal zwei allerlächstes Mal langsame Notation blazivika Beine durch sparen hinten nach Bauch rein Tempo langsame wir gehen nach unten Rücken ganz tief, Bauch noch reingezogen. Und Kühl wieder hoch. Letzte vier, drei. Geh rechts und links nach hinten. Rücken, hoch, hoch. Mit deinem Bewege. Spann den Rücken. Du machst schon mit der Hand Richtung Boden. Bein geht nach hinten, gleich die Seite geht zum Boden. Wenn es so nach unten geht, kannst du dir denken, was kommt, oder? Gleich, da werden die Gestöne. Sehr gut. Wir haben die letzten fünf. Vier, mach dich bereit für die Plank. Wir werden ein bisschen langsamer. Bleib unten. Stopp. Platzier die komplexe, flache Hand. Ganz klar, komplett flache Hand. Linke Hand dazu, linkes Bein nach hinten. Komplex fest. Schultern weg von den Ohren. Bauch, Nabel nach hinten. Zwingt deinem Hintern ein bisschen zusammen. Bleib hier. Komplex stabil. Hängel, Nabel nach hinten. Wir häufen ein bisschen. Dach. Sieben. Sechs. Fünf. Vier, drei, zwei. Wir stehen auf. Wir stehen auf. Auf geht's. Nur die Schritte. Rechts. Langer Rücken. Yeah. Schöner langer Rücken. Drei. Zwei. Ganz nach unten. Vier. Stütz. Zweites Bein. Und stütz. Und bleib. Deine Hände sind genauer mit den Schultern. Bleib ruhig. Schau mal hier wieder bis zur Seite. Zirka rechts. Knie noch fort. Zieh. Nur stabil heute. Zurück. Wechsel. Links. Wechsel. Hup. Hup. Wechsel. Hup. Und noch einmal. Hup. Zwei. Eins. Hup. Drei. Zwei. Eins. Hup. Drei. Zwei. Eins. Hup. Drei. Zwei. Eins. Steigen nach vorne, zum Hupen, zum Hupen, los, auf geht's, rechts und links noch hin, 6 Stunden, wir bleiben in Bewegung, wir sollen schwitzen, Bauch fest, bis wir mit Power nach unten, letzten 4, 3, 2, rechts bleibt hinten und stütz, links und links, platziert, du bist wieder bereit für drei Knie und 3, 2, 1, linke Seite und 3, 2, 1, Seite auch nicht stabil, 3, 2, 1, 4, 3, 2, schau mal, 1, rotieren, 3, zurück, Knie unterm Körper, rotieren und zurück, Knie, rotieren und zurück. Letzte 2 mal, hier stehen auf, auf, verschippen, genau, zwischen den Linken und Zehen, Pausen für die Handgelenke, die Steigstuhl an, Let's go. Aktiv in die Nähe. Rund. Jetzt ein bisschen rotieren. Gehen in die Hand. Power roll zum Boden. Genau. Drei. Und zwei. Und eins. Wir bleiben unten. Und stütz. Zweite Seite. Und stütz. Auf die Fist. Let's go. Knie. Rotieren. Zurück. Bleib bankstabil. Wir gehen ein bisschen weiter. Pass auf. Rechtes Bein. Vor. Rotieren. Der linke Arm geht hoch. Du drehst auf. Zurück. Linkes Bein. Knie. Rotieren. Rechter Arm geht hoch. Zurück. Rechts, rechts, rechts. Gut. Rotieren. Linken Arm. Auf. Und ab. Linke Fuß. Hier. Bleib ganz stabil. Und rechts, go. Letztes Mal links. Helf. Helf. Rechte Seite noch auf. Zum Tief. Steig nach vorn. Auf. Ha-ha. Sehr gut. So. Du bist dank kurzer Steg. Konzentrierst dich noch auf die rechten Seite. Bauchcrunches. Nur auf der rechten Seite. Okay. Den rechten Bein nach hinten. Und zieh. Pause. Oder da. Und der Körper macht sich. Und den Körper macht sich. Wie den Irienbaten. Die Beinbewegung ist schnell mit Kraft. Und du gehst richtig intensiv in dein Bauch hin. Ja. Wie wenn du mit einem Kurs einen Nuss knackst. Auf geht's. Händen nehmen wir die kurze Pause, um wieder Kraft zu halten. Go. Go. Fest. Und zieh. Wir machen ohne Pause. Genauso braucht man. Harte Bauch. So hart wird sie nicht. Tanze gerade auf diesen Bauch. Pause. Geh mir auf die Linze. Drei Linze noch hinten. Drei Linze. Auf sie. Auf schnaubaus. 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 Vier. Vier. Zwei. Ohne Pause. Keep going. Auf schnaubaus. Let's go. Exklusiv. Go. Die letzte Part. Ja. Bist du bereit? Rechte Seite. Step punch. Machst du bereit. Alles kommt vorne hin. Auf schnaubaus. Auf schnaubaus. Auf schnaubaus. Auf schnaubaus. Auf schnaubaus. Juhu. Die langsame Rotation. A little hot. Tempo. Let's go. Ober. Oberkörper tief. Und wieder hoch. Nur mehr kalt im Bauch. Und deine Arme ein bisschen weiter weg vom Körper. Letzte. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Vier. Drei. Rechtes Bein geht nach hinten. Die Plexe. Sch. Sch. Bleib unten. Stütz dich auf. Linke Seite. Kurz die Kraft. Bleib schnaub. Beginn mit dem rechten Bein. Die Rotation. Vor. Rotieren. Linker Arm geht hoch. Dreh auf. On leans. Go. Die Rotation. Geht. Wichtum. Alles für ihn lang. 1, 2, 3 Klimm langsame Halen, es geht um die Bevorwärmte, Länge Great one, let's go Langsam in Oberflag von Rotationen. Zurück das ein. Treffer. Se, hütt. Se, hütt. Augenblick hinten. Hütt. Rücken, Rücken, Rücken. Power. Hinter oben. Lange Runde. Auf geht's. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Rechts. Links nach hinten. Vorne. Vorne. Sehr schön. Wir sind unten. Stütz dir auf. Stütz. Zweite Seite. Stütz. Erziehe. Rechte Seite. Beginn. Vorne. Knick. Rücken. Links auf. Wechsel links. Noch einmal die rechte. Wechseln. Und bleib. 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 Schau mal. Auf heute. Höhe. Aber bleib einfach hier. Bleib. 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 Ich sage dir. 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 Juhu. Ah, das macht Spaß, Leute. Können wir jetzt auf. Wir sind nicht auf. Die letzten. Sieben. Sieben. Fünf. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Auf. Ein bisschen. Ja, ein bisschen Maschieren. Du schnappst dir eine Unterlage und dann legst dich auf den Pettig. Du machst ein bisschen leiser. Oh, danke, Jürgen, du bist der Beste. Fanzi, du bist der Beste, das ist der Beste. Danke, ich habe mich immer sehr gut für den Beste, weil ich es für die Momente so will. Ich habe die Beste, ich habe die Beste, ich habe die Beste. Okay, so, jetzt schauen wir mal ein bisschen runter. Jawohl. Also, leg den Warten hier, aber du machst es nicht gemütlich. Keine Chance, keine Zeit für Gemütlichkeit. Ich meine, ich habe von Bollhau, hier war es der Christoph Gast, der hat gesagt, Ladies, no time for cappuccino. Was? Ja, da habe ich mir gesagt, okay, Leute, wir haben keine Zeit. Wir haben kein Pappuccino, wir haben eine Wurst, die Chips sowieso, die Chips gibt es ja stand. Okay, setz dich her, Mathe ist hinter dir, Bärchen aufgestellt, die Hände locker auf die Knie, wir machen so langer Rücken, du siehst du erst mal den Bauchnobel mindestens, also mindestens, so zwei Zentimeter nach innen. Mindestens. Okay, jetzt gehen wir zurück, mit einem langen Hohrkörperkörper zurück. Brust aber ein bisschen heben, Schultern tief, leichtes Doppelkinn, hebe mal, Arme rechts, Arme links, nur die Beine hin. Und du versuchst, dort stabil im Rücken zu bleiben. Stabil-Übung für die Körpermitte, für Bauch- und Rückdemmuskulatur. Hey, yo. Jetzt hecken wir mal bitte das Bildschirmbein oben. Das Bildschirmbein. Weil wir wollen uns ja ausschauen, gell? Das Bildschirmbein ist oben. Und das kann man immer ein bisschen heben. Machen wir bitte, bitte, nicht die Hände, klappen aneinander, Daumen übereinander, ein bisschen Kraft aufbauen. Wir drehen uns zu mir. Oberkörper zu mir. Mit Kraft. Gut, wir müssen herschauen. Jawohl. Wieder herschauen und wieder in die Küche schauen. Zu mir und in die Küche. Und zu mir und wieder in die Küche. Bleib fest. Bein ist fest. Die Hüfte darf schreien. Wir wollen die Hüfte trainieren. Bauch fest. Drei. Zwei. Eins. Bleib in der Mitte, stützt die Hinten noch. Fingerspitze entweder zum Hupen oder leicht nach außen, so wie du das brauchst. Nimm den Hintern zu als näher, der wir jetzt die ganze Zeit aufgestellt waren. Nimm den näher. Stütz dich hoch. Arsch ist oben. Aha. Jawohl. Bleib im Stütz. Jetzt nimm bitte, das Bein, das eh die ganze Zeit in der Luft ist, und dein Hinternarm, den Diakonaten, auf. Der kann hoch. Jetzt ziehst du mit den Ellbogen zum Knie. Machst keine Crunches. Alles gleich fest. Ellbogen leicht gebeugt. Acht. Sieben. Ich freue mich, wenn die Hüfte und der Oberschenkel, wenn die auch schon ein bisschen schreien. Vier. Drei. Schwein. Du kriegst Pause. Sitzt hierher, mach dein Bein lang, leg das aufgestützte Bein zur Seite, und leg das mal so kurz bis hin nach vorne. Einfach der Hüfte, der kleine Entspannung. Die darfst du ganz nett schon sein. Mhm. Pause vorbei. Kinder sind wieder hinten. Fersen aufgestimmt. Zehenspitzen hoch. Brust raus. Hände auf die Knie, gehen nach hinten mit dem Ohrkörper, und heben am Brustkörper noch ein bisschen mehr. Strich links. Von rechts. Oder halt hinten. Und vorn. Bauch rein, Brust raus, Schultern tief. Hab's jetzt nicht gehört? Nein, ich hab's drücken. Okay, also lieber bei der Musikkarte. Hey, hinteres Bahn, bleib oben. Bleib oben. Brust immer ein bisschen aussehen. Ich sag das bisschen, weil ich einmal merke, wenn ich mich dann irgendwie so leicht in die Knie in die Position bringe, das freut mich nicht. Komme raus. Hände, Daumen, Spannung, dreh nach hinten weg. Hup. Halb aus. Genau. Hey Leute, es ging ein Aar. Sieben, sechs. Harder Bauch. Wir haben vier. Bleib oben mit dem Brustkörper. Mitte, du stützt dich, Fuß ein bisschen näher, Hup. 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 Hat bei mir Spitz-Ellbogen gefolgt. Und go. Crunch. Wir vermutieren. Alle, alle, alle. Gut. In die Witte zurück. Sitzt dich her. Ah, Bein bleibt lang. Genau, du kannst entspannen. Ich habe es entspannen, deswegen nur vergessen, weil man die Seiten fast komplett durch. Die schreit dann immer links. Ah, okay, entspannen, reicht. Das macht so. Ja, ab in die Rücken, glaube ich, bis was dann. Wie sehe ich jetzt, die nehmen? Wie sehe ich, kein Bildchen mehr? Also, platziere mir die Ferse. Zehenspitzen hoch. Mach ein Doppelkipp. Nimm die Fingerspitzen leicht an den Kopf. Und wenn du einfach nicht gerade nach oben schaust, dann sind deine Arme außerhalb vom Blickfeld. Du siehst deine Ellenbogen nicht mehr. Die Arme sind so weit geöffnet. Der Bauch ist fest. Gehen wir nur bis die Hupen tiefen. Der Classic. Schäden, die Hupen sind. Die Hupen sind nicht mehr. Wir gehen ja nicht hoch, wir sitzen uns nicht mehr auf. Aber du crunchst deinen Bauch. Und bleib vor allem im Bauch immer fest. Bleib immer fest. Auch beim Tiefgehen bleibst du hart. Das Tiefgehen ist genauso anstrengend bis hoch. Elbogen beide auseinander. Gleiches Atmen. Mein Gott, was muss. Freiflich schauen. Hey, das geht. Wir haben Zeit. Heute muss ich mir gut. Oder? Musst du heute noch mal aufrechnen? Nein. Nicht, gell? Nicht, gell? Ich geh schon. Ich hab mir heute recht mit acht von meinen Dofter. Und auf geht's. Ja. Und wenn es sich echt schon ein bisschen brennt, so unter die Rippen, da oben, dann haben wir nicht mehr Füße. Bisschen brennt. Brennt schon ein bisschen, oder? Und wenn ihr verschwindet, schon von der Stirn in die Vorhine lauft, dann bist du auch nicht. Du musst nicht mehr zwischen. Wir haben die letzten Achtung. Go. Und du ziehst immer nur mit dem Oberkörper. Und vorne, den Foh. Drei. Zwei. Wir legen den Kopf ab, Arme nach unten. Du bleibst im Doppelklick. Beine hoch. Beine hoch. Endlich. Der Charme ist hoch. Lange Beine, Julian. Oder die Beine. Wir heben bitte meinen Arsch. Erstmal aus. Hoch. Pause. Hoch. 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 babe. Bijen. Hoch. Frone. Videos, da sagt sie immer, no momentum. Da haben wir aber gedacht, was weißt du, was weißt du? Das heißt Schwung. Kein Schwung. Ladies, no momentum. Jürgen, so weiter, ist er jetzt drauf. Nur in der Bade. Okay, bleib oben. Stop, bleib oben. Bleib oben. Arsch ist in der Luft. Bleib oben. Und jetzt hebe gern, dass du so ein bisschen auf und ab bist. Hoch, hoch. Arsch ist immer in der Luft. So kleine Hupfer, wie auf dem Grappoli. Aha, es wird schmerzhaftig auch. Deine Schultern und Rucks sind entspannt. Deine Nacken ist immer noch lang. Sehr gut. Bleib. Nimm deinen Popo. Leg die Hände flach. Unterm Hintern. Schau mal, du darfst unterm Hintern einfach so... Das ist doch... Ah, das kennen wir schon, oder? Können wir diese Anzeigen? Das kennen wir, oder? Ja, wir schaffen das. Oder? Wir machen das immer so. Diese 30e Drau, die steht immer so da, oder? Oder? Kennst du eine 30e Drau? Okay. So, also. So unter dem Hintern. Wir gehen langsam tief. Und hoch. Langsam tief. Und hoch. Und tief. Und hoch. Du weißt genau, was du schauen musst. Ich brauche nichts erklären. Du weißt genau, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Bis sie leichter ist, wenn du den Knie beugst. Bis sie schwieriger wird die Übung, wenn der Hintern in der Luft ist. Probier das gerne aus. Hintern in der Luft. Jawohl. Du weißt genau, dass Julian überlegt, wie du in der Skate gehen. Der überlegt. Die sind nicht in der Luft im Skate. Jawohl, die Skate. Ganz einfach nur kurz. Also. Die Aufbau ist wieder einmal. Das ist eine sehr gute Idee. Hier. Beug deine Beine, stell die Füße nacheinander ab, Hände weg, stell die Knie nacheinander ab, genau, ein bisschen lockern. Dann setzen wir uns auf. Körbste bequem her setzen, Beine ein bisschen auseinander, Oberkörper hängt nach vorne, Arme sind locker, Schultern sind locker, es schaut dir keiner zu, du wirst jetzt gerne den Bauch am Boden aufstehen lassen, ich mag es nicht. Aber ich kann es, wer bei mir im Kurs ist, der weiß, dass ich es kann. Wir werden lange nicht. Lach nicht. Okay, stellen wir uns hin, jetzt, wir können sie nun aus. Wir müssen uns jetzt wiederholen, die Beine, die Beine sind, wenn wir die Beine sind, und dann können wir uns wiederholen, dass wir die Beine sind, wir werden uns nicht mehr tun. Bleib in der Mitte, lass die Knie leicht auseinanderfallen, eine kleine Entspannung für die Hüfte, du darfst auch gerne den Obst so leicht federn, mach so wie es würde. Das ist jetzt das gezellte Zeichen, dass du aufstehst und die Musik leiser dran ist, ganz gezellte. Julian! Nur leiser, nur leiser. Ja, du darfst wieder kommen. Rechters Bein, nötiger Fuß, rein zur Seite. Nimm den Arm gerne lang, nimm gerne den zweiten Arm übers Ohr, wenn du das brauchst, lass den Arm unten. Wenn du das nicht brauchst, drück dir ein bisschen die Seite, bleib deine Dehnung in der Fülle. Du kannst auch gerne dein Ohr auf die Kniescheibe legen. Dann muss er lockern, auf der zweiten Seite. Jetzt ist es glaube ich nicht so, aber der singt in der Musik die Gasse. Duschen, 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 duschen. Das tun wir jetzt. Duschen, duschen. Das ist das. Man könnte aber auch verstehen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön fürs Mitmachen. Dankeschön, oder? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wahnsinn, das ist echt eine Fahrmaschinenmusik. Fahrmaschinen, 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 Fahrmaschinen. Also, ich habe nichts zu sagen. Dankeschön fürs Mitmachen, schön, dass ihr dabei wart. Einen herzlichen schönen Abend noch. Bis demnächst morgens Pause. Man gibt keine Leipzig, da holt ihr euch was aus der Reserve. Auf Wiedersehen.